Ich fahre jetzt die Stelle an, wie das Bein nebenab ist. Die interessiert vor allem, wie das Gewebe da drunter aussieht. Ob das irgendwo einen sauberen Abschluss hat oder ob da noch Infektion drin ist. Warum ist das etwas gewöhnlich? Und ich denke, wir finden hier aber auch die Stellen, ne? Das ist ein Gewebe, das dann auch für eine Infektion. Und ich denke fast, dass da war. Das hat auf jeden Fall gut beruhigt. Das ist ein Gewebe.